Willkommen zurück zu Resident Evil Directors Cut. So, wir haben hier abgespeichert, das ist das Wichtigste. Und ja, jetzt sind wir, weil wir haben wirklich lange Zeit, nicht, es sind nicht lange, ja, im Endeffekt waren das vielleicht knappe 16, 17 Minuten, aber in diesen 16, 17 Minuten habe ich wirklich die Hölle erlebt, muss ich sagen. Und falls es hier jetzt scheitert, weil hier, ich habe wieder so ein dummes Gefühl, dass es hier wirklich in die Hose gehen kann, mit den ganzen Huntern hier, weil ich muss, ihr müsst überlegen, ich habe wirklich von allen beiden Seiten, würde ich jetzt angegriffen, was die Hand da natürlich angeht. Ja. Hört mich doch nicht an, dass er so lange braucht zum Zielen. So, das hätten wir erstmal. Äh, nicht zum Zielen, sorry, zum Nachladen. Das wäre krass, oder? Jetzt ist es im schnelleren Rennen, wie wir im Nachladen. Ja, klar. Ach, komm schon. Wir sind in Gefahr. Genau das meine ich. Gott sei Dank haben wir gespeichert, falls wir nämlich jetzt drauf gehen. Falls wir jetzt drauf gehen, haben wir schon gespeichert. War ja traurig, wenn wir jetzt einfach nur drauf gehen würden. Begen. Diesen Drecksviechern. Echt. Ein Treff und wir sind platt. Okay. Das ist jetzt, nenne ich einfach mal Dusel. Dass dieses Viech einfach nicht da steht, wo man immer schillt, ist es nämlich genau unter der Treppe. Und hier stand es vor uns. So, okay. Jetzt können wir uns erstmal wieder ganz gechillt. Sag ich mal eins. Das hier. Nehmen wir. Das tun wir weg. Das sowieso. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen natürlich nur... Wo ist die Kurbel? Hier ist die Kurbel. Dann nehmen wir noch ein Heilungspray mit. Und zwar... Gewickste Kräuter. Ne, nehmen wir ein Heilungspray. Bekommen hier unten wieder ein Heilungspray. Ist ja alles kein Ding. So, und jetzt würde ich sagen... Jetzt dürfen die kommen. Jetzt, äh... Jetzt müssen die eigentlich abhauen von mir. Die Cold Python ist ein Mordsgerät, sag ich euch. Kurzer Dank hat das jetzt so gut wie nichts abgezogen. Blödes Viech. Ich dachte, das wäre mit dem Rücken immer noch so zur Wand. Also, mit dem Rücken zu uns. Da haben wir die Chance verpasst. Das ist einfach so abzuballern. Aber... Ah, der Schlüssel. Scheiße, Mann. Ich darf wieder zurückgehen. Den Schlüssel vergessen. Das Wichtigste überhaupt hier. Der Schlüssel. So, dann bekommen wir oben wieder Munition. Ich glaube, sogar für die Pumpkin, weiß ich nicht. Aber die können wir auch gleich ablegen. Und dann holen wir uns das Beste. Ja. Mit dem roten Edelstein. Holen wir uns diese drei Magnum Munitione. Herrenhausschlüssel. So, ich glaube, das ist der letzte... Generell im ganzen Herrenhaus ist das der letzte... Die scheiß letzte Türe, die wir öffnen müssen mit Chris. Dann war's das. Ich bin am Überlegen. Immerhin, für Walktos ist das natürlich auch was Gutes. Vielleicht würde ich da noch... Vielleicht. Also, ich sage jetzt nicht hundertprozentig, dass ich es vielleicht machen würde. Aber wenn ich mal Langeweile habe, würde ich mal vielleicht ein Walktos machen, wie man am besten zu den Raketenwerfern hier kommt in dem Spiel. Am besten halt, ja. Aber dafür, am besten kommt man natürlich... Aber ich kann es euch natürlich gleich verraten, wie man am besten hankommt. Man nehme zum Beispiel am besten gleich den... Also, man spielt es erstmal durch unter fünf Stunden, so dass man die Kolpüterung kriegt. Und wenn man die Kolpüterung hat, kann man dann einfach mal... Ja. Mit der Kolpüterung ohne Lichschuss ist das kein Problem mehr. Magnum-Geschosse. Aber, wie gesagt, um das zu machen, müsste ich das unter fünf Stunden durchspielen. Okay, und ich sage es jetzt vor dem Anfang an, da ist dieses komische Bericht da, wo hier alles, ah, nichts Wichtiges... Aber den lese ich jetzt nicht, aus dem Grund... Ja, den haben wir schon gelesen im anderen Let's Play. Wer den lesen will, soll das andere Let's Play anschauen. Auf jeden Fall nehme ich den nicht, weil ich habe schon so viel Zeit verplantert. Sonst schaffe ich das nicht unter die fünf Stunden. Und das wäre dann ärgerlich. Hallo? Ja, ich muss das jetzt machen, so. Okay. Juwel mitnehmen. Hallo? Runter mit dir. So. Raus. Legen wir die Sachen ab, die wir nicht brauchen. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's. Ab geht die Post. Jetzt können natürlich alle Hunter der Welt kommen. Ohne Probleme. Ich mache sie alle platt. Alle. Wenn ich meine alle, meine ich alle. Denn hier können wir jetzt ein bisschen mit dem Colpiter rumballern. Wirklich, das macht jetzt wirklich nicht viel aus. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 20 Minuten oder 15 Minuten unten in den Dings sein würde. Sagt's mir. Ja, in den Höhlen. So. So können wir natürlich los. Okay. Ich bin bereit. Ab geht's. Zu den nächsten. Ziel. Fertig. So, drei Schuss haben wir noch. Und hier kommen ganz genau drei Stück von diesen Drecksviechern. War ja klar. Ja, gut. Hier bekommen wir wieder drei Stück. Also, macht euch ja nicht ins Hemd. Und wir bekommen nochmal ein Magazin. Und das liegt unten. Da haben wir das mit Absicht nicht geholt, weil ich gucken will, ob hier auch die Videosequenz kommt. Mit den Dings. Ich würde sagen, wir verkürzen jetzt einfach mal die Zeiten, indem wir einfach diese Berichte hier nicht mal lesen. Die haben wir ja schon alles gelesen. Das ist ja Schwachsinn, wenn ich es jetzt nochmal lese. Die ganze Berichte. Klar, Videos können wir nicht wegdrücken. Aber wenn man sonst, schaffe ich das nicht mehr unter die fünf Stunden. Und ich möchte es schon gerne unter die fünf Stunden schaffen. Alleine wegen der Cold Python. Ansonsten, wenn ich das jetzt so durchspiele, ohne die fünf Stunden, dann bekomme ich die Cold Python nicht. Habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht. Die Cold Python mit nur an den Schuss ist natürlich ein Muss. Klar, unter drei Stunden bekommt man den Raketenwerfer. Aber dafür muss man natürlich auch wieder so eine Art Speedrun machen. Und das geht natürlich am besten mit der Cold Python. Das würde ich vielleicht irgendwann mal machen, als Walkthrough. Vielleicht an einem Stück sogar. Mal schauen. So, jetzt müssen wir natürlich durch drei Hunter nochmal. Drei oder sogar vier Hunter. Da lobe ich mir doch diese Abkürzung beim Remake. Einfach schön durch den Friedhof gehen. Zack, unten rein. Bam, schon sind wir da. Aber geil. Gut. Es muss so sein. Lieber hier entlang. Denn unten wimmelt es auch so, nur so von komischen Viechern. Aber hier, denke ich mal, haben wir die besseren Chancen, was das angeht. Hoffe ich doch mal. Es sei denn, die springen wieder so blöde. Weil es ist wirklich ein langer Gang, ist das hier. Oh, jetzt ist der dritte. Ich höre ihn schon. Hört ihn? Komm schon. Hat er ihn? Noch nicht. Noch nicht. Man lässt sich Zeit. So. Das war's. Drecksviecher. Einer steht noch da. Hier. Den haben wir nicht platt gemacht. Aber da ist eigentlich mit dem Rücken zu uns. Von dem aus her dürfte er kein Problem sein. Ich hab's gewusst. Vielleicht müssen wir sogar nochmal einen Hunter hier in der Bude platt machen. Normalerweise müsste jetzt das Video kommen, wenn ich jetzt da durchgehe. Normalerweise. Ich versuch's mal. Achso, ja. Ein Hunter kommt ja sowieso noch. Und zwar der Richtung Garten. Ist ja nochmal einer. Nee, kommt wie nicht das Video. Irgendwie kommt das nicht. Keine Ahnung, was ich da machen muss, damit's kommt. Aber bei links kommt's doch automatisch. Von im Remake, im Remaster. Remake, ja, 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 die, wie ihr es nennen wollt. Remaster, Remake, ist ja das gleiche. Also, ist die gleiche Version, sagen wir mal so. Ist nicht das gleiche, aber, ja, ist die gleiche Version. Ist ein Remaster von einem Remake. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in den Keller. Das war ja klar. Dass ich hier noch... Boah, Gefahr. War ja klar. Okay, woher finde ich jetzt die nächste... Das nächste Heilungsspray finde ich unten. Ja, komm. Benutzen wir es halt gleich. Ich darf halt jetzt nicht mehr erwischt werden. Also nicht mehr getroffen werden. Aber dürfte eigentlich gar kein Problem sein. Ja, dürfte kein Problem sein. Unten gibt's ein Heilungsspray. Das können wir dann benutzen. So machen wir das auch. Wir benutzen das Heilungsspray unten. Und da gibt's hier keine mehr. Die haben wir schon alle platt gemacht. Hier kommen jetzt erstmal keine Gegner mehr. Die Hunter kommen ja erst, nachdem wir ein Rico platt gemacht haben. Bevor wir Rico platt gemacht haben, sammeln wir natürlich das Heilungsspray auf. Benutzen es gleich. Sind wieder alles. Okay. Wir müssen natürlich nur hoffen, dass wir jetzt von der Schlange nicht gebissen werden. Bis jetzt bin ich noch nie von der Schlange im Raised Nibel 1 hier. Bei der Playstation-Version noch nie gebissen worden. Bis jetzt. Und so plattst du erstmal auch. Ich hab mich ja auch extra konzentriert. Muss ich ehrlich sagen. Überleg mal, ich wurde noch nie gebissen hier von so einer Schlange hier in Resident Evil bei der ersten Version. Also bei der Playstation-Version. Und von jetzt auf nachher kommt dann BAM. Und du wirst dann gebissen, dann bist du vorbei. Das ist natürlich, äh, ehrlich. Muss ich sagen. Aber gut. Na, hier ist noch die Karte. Die brauchen wir nicht. Ach, böse Karte. Wir brauchten sowas schon. Vor allem jetzt. Nachdem ich hier schon alles erkundet habe, brauch ich auch keine Karte mehr. So. Übrigens. Hab ich schon erwähnt, dass ich mir bei Resident Evil Zero einen Coop-Modus wünschen würde. Glaub ich hab ich schon erwähnt. Glaub ich bestimmt schon 10.000 Mal, oder? Ich bin bestimmt schon 10.000 Mal damit auf den Sack gegangen. Ja, schon wieder. Ja, halt so was Neues. Immer nur die gleichen Kamellen. Ja, Coop-Modus bei Resident Evil Zero. Ja, aber ich wünsche mir das irgendwie so. Das war richtig geil. Das war richtig... Das ist das perfekte Spiel für ein Let's Play Together. Das war perfekt. Aber, wer weiß. Bis, äh... Könnte sein, dass es vielleicht so... Deswegen so lange dauert, bis es rauskommt. Ich mein, Remake gibt's ja schon seit Februar 2015. Und ich denke mal, ab Februar 2016 wird dann auch das Zero rauskommen. Das ist ja auch so lange her. Februar 2016. Aber gut. Ich würd's mir natürlich holen. Wieder doppelt und dreifach, wie ich's mir jetzt auch schon geholt hab. Doppelt und dreifach, weil ich das unterstützen möchte. Ich hab mir die, äh... Original-Fassung aus, äh... Japan geholt. Also, die Diske-Version, ja, mit der ich irgendwie nicht klarkomme. Aus dem Grund, denn in Japan, äh, läuft das so. Ähm... Wenn ihr vor dem Gegenstand steht, müsst ihr die, äh... Kreistaste drücken. Und danach könnt ihr auch mit X bestätigen. Aber zuerst müsst ihr die Kreistaste drücken. Ich verstehe den... ...Sinn dabei nicht, aber... ...es ist halt so. Keine Ahnung. Ja, möchten sie das mitnehmen? Flammenwerfer. Ja, möchte ich. So. Der Flammenwerfer ist gut für, äh... ...dieses Drecksviech da. Für die Spinne. Hier finden wir das Heilungsspray. Jawoll, Baby. Ja, jetzt ist nur die Frage. Äh... Wie läuft das jetzt? Wegen... ...dem Messer. Wenn ich das jetzt mitnehme, kann ich das Messer daran auch mitnehmen? Kann ich eben nicht. Denn hier gibt's ja keine... Ich könnte jetzt eigentlich nicht mal die Kurbel mitnehmen, eigentlich. Ist ja krass. Das ist so blöde gemacht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder komplett rausgehen. Ja, geil. Ich muss jetzt erstmal wieder komplett raus. Na, ist ja toll. Erstmal die ganze Kurbel und so alles ablegen wieder. Na toll. Ja, das muss so sein. Geht nicht anders. Doppel-Crosser. Enrico. Nicht mehr näher, Chris. Warte. Was hat sich passiert? Doppel-Crosser. Patsch-Spieler. Du spielst mit gezinkten Kappen. So, aber jetzt können wir natürlich die Kurbel nicht mitnehmen. Na, geil. Echt toll. Wer ist das? Wie will man das unter fünf Stunden schaffen, wenn man die ganze Zeit... solche Scheiße am Laufen hat? Ja, gut. Okay. Es muss so sein. Doppel-Crosser? Was hat er damit gemeint? Ah, hier kommt dieses Viech rein. Hier kommen gleich zwei Stück. Mit, äh... Chris. Ja, gut. Wir müssen hier erstmal kurz aufräumen. Hier ist das Gefährliche. Ist hier. Und zwar aus dem Grund, hier werden wir gleich angegriffen. Ich kann hier irgendwie... Ah, fuck you. Sag ich dir. Okay. Das war jetzt echt gut. Ah, okay. Jetzt könnte ich auch die Kurbel mitnehmen. Ja, warum nicht? Müssen wir wohl so machen. Okay. Jetzt nehmen wir die Kurbel mit. Ja, ich wollte mit dem Flammenwerfer die Spinne platt machen, aber naja, geht nicht. Müssen wir halt so machen. Nehmen wir die Kurbel mit. Und mit dem Magnum. Aber mit dem Magnum braucht es wirklich scheiß viel Schüsse, man. Er kann sich mit den Verletzungen leider nicht mehr bewegen. Er hält etwas fest. Und was wohl? Die Sechstkantkurbe. Gut. Aber... Ich muss nachher trotzdem zurücklaufen. Ich kann das Messer nicht mitnehmen. Das ist doch so ein Schwachsinn, ey. Warum man da nicht einfach eine Kiste macht wie beim Remake. Oder dass man erst im Remake drauf kommen muss. Dass da an der Schreibmaschine eine Kiste hingehört. Ja, ist traurig. Boah, ich bin jetzt fast in den Tod gelaufen. Aber nur fast. Warum? Ist ja nochmal so ein Scheiß wie ich. Warum? Krass. Echt krass. Ja, okay, gut. Dann wollen wir mal. Ich denke mal, wir vielleicht sollten wir... Ja. Lass mal zurückgehen. Und ein paar Sachen weglegen. Das geht nicht anders. Ja. Das geht leider echt nicht anders. Na, okay. Erst machen wir mal den Endgegnerplatz. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir erst mal. Klar, ich kann den Flammenwerfer natürlich auch nicht mitnehmen. Oh ja, hier wird es wieder gefährlich. Oh shit. Hier wird es wieder scheiße gefährlich. Okay, Chris. Macht keinen Bödsinn. Jawohl. Geschafft. Da drüben ist also wieder Schroßflinten-Munition. Okay, da kommt wieder so ein Scheiß-Piech rein jetzt. Ja, war mal klar. Aber gut, dass sie da zwei-, dreimal springen müssen, bis sie bei uns angekommen sind. Ne, sogar Magnum-Munition. Ne, egal. Okay. Hat sich gelohnt, natürlich, muss ich sagen. Okay, jetzt machen wir erst mal die Scheiß-Spinne platt. Und dann schauen wir mal. Ist doch scheiße, oder? Dass wir nicht durchkommen. Wegen diesem Scheiß. Ja, okay, okay. Platt. War schade. Hey, das war jetzt, äh... Das war nicht cool. Das war sehr uncool. Okay. Schade. Ja, es geht wohl nicht anders. Okay, wir müssen wieder den ganzen Weg zurücklaufen. In das kleine Gartenhäuschen. Und müssen dort ein paar Sachen ablegen. Aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video, Leute. Okay, also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und nämlich.